Ich liebe es, wenn ein Paar funktioniert. Und dieser hat ausgezeichnet funktioniert. Oh, das kann er natürlich nicht. Na gut, dann will ich ihn nochmal hier. Ein Verbrechen erkannt. Go, go, Power Rangers! So geht es doch viel schneller. Was ist denn das denn hier? So, ich mach mal das hier. Wir wollen mal hier gucken, was man alles hier machen kann. So, man muss aber sagen, wenn es gleich die Nacht, die richtig starke Nacht anbricht, dann merkt man einfach, wie stark das ist, dieser Patch oder sagen wir mit der Originalversion, da der Lichter echt so wirklich einen Unterschied machen. Ich muss ein Auto ohne Beulen von A nach B bringen. Das klingt doch einfach. Jedenfalls, wenn ich die Hauptstraßen meide. Das war's, da gehen wir jetzt hin. Aber ganz ehrlich, es gibt wie viele Aufträge von diesen Fixeraufträgen? Es gibt glaube ich 40. Ja, schauen wir gleich. Schön, die Hauptstraßen meiden. Boah, druckt aber ein bisschen. Ich hab ein bisschen was vom Wert hier kaputt gelegenst. Äh, ein bisschen den Wert verregnert. Aber mon... Jetzt hab ich stark den Wert verregnert. Da ist das nächste Fahrzeug. hier geht es zack auf zack nix bei Pause es soll übrigens ein Performance Patch kommen das bedeutet wir werden mal hier gucken muss ich auf die andere Brückenseite da wäre es nämlich blöd denn ich müsste dann an den Weg fahren na komm es ist aber dieser geile Sportweg den wir gerade gefahren sind ich weiß nicht was ich weiß nicht was wir kämpften ja das würde ich mal sagen das war eine gute Route die blöden Passanten wollen ja auch immer in den Weg rennen was ist das denn für ein Ding das sieht auch ganz sportlich aus okay okay so was zähle ich als starker Schaden aber also eine große Kollision die ist schon ein bisschen heavy müssen wir hier lang na ich fahre einfach hier lang komm irgendwo über die Wiese fahren no problem oh scheiße wir waren eigentlich nicht so klug na komm wir fahren jetzt einfach die Panorama Route und bye und wie viel haben wir für 1000 na gut das sieht doch cool aus ey ah ein Verbrecherkonvoi jetzt will ich aber gucken für fixe Aufträge es ist abgefangen es ist abgefangen als ob wir hier Dingens äh wer ist der denn wie viel wir noch machen müssen wie viel wir noch machen müssen dun 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 bum 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 tut mir leid meine Güte meine Güte meine Güte ein drive-by-shooting haben die also vor ich halte sie auf bevor sie ankommen ich halte sie auf bevor sie ankommen Sun die eine Summen diese ies sie Sie che Komm. Den da muss ich ausschalten. Bei diesen Dingern habe ich nicht wirklich den Ding ganz verstanden. Oh, da. Oh, da. Ja komm doch. Ach bremst mich doch nur ihr kleinen Vollidioten. Ja nice, fährt er einfach gegen einen der sowieso schon steht. Was macht der da, warum steckt der denn auf der Seite aus? Schnell. What the? Ja natürlich ey, ihr kleinen Dreckchen. Mist. Diese Säcke. So, wir nehmen uns den Sportwagen. Wirst du die Polizei rufen? Hätte ich einen Daniel Schell auch nicht getan. Was ist er denn? Ich bin ein Daniel Schell. Das ist ein Daniel Schell. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 sch kein Problem So, dann machen wir das weg. Ne, natürlich nicht. Ich finde keinen Baum. So, Kampf. Was habe ich denn hier? Frohe Schrotflintenexperte. Kufen. Schrotflintenexperte Kufen. Dieser Turm, der hier irgendwo ist, würde ich auch noch gerne machen. Nein, der gehört uns allen. Nein, der gehört mir. So, hier wären wir. Fick's auf. Mach ich gleich. Gleich mach ich Missiones. Nö, nein. Nein! Oh! Der Orabu! Der Orabu! Kann sein, dass man eigentlich nur... Oh! Come on, I dump. So. Jetzt bin ich schon richtig. Ah, jetzt bin ich doch nicht richtig. Ah, komm. Moment. Dann muss ich mal hier gucken. Da ist auch irgendwas. Da komme ich unter Umständen sogar drauf. Definitiv. Sehr gut. Ah, ähnliches. Weißte der Umgebung. Teils. ... 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 Oh. Ja, ne. Ich bin sicher, hier ist auch so ein Weg. Ja. Hä, wo waren die jetzt im Auto? Hier war mein Auto. Genau. Maka. Let's go and do some missions. Nein, das muss ich gegen... Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Moment, hier ist ein schneller Auftrag, den mache ich auch mal ganz kurz. Ähm. Ja, schön, dass er um die Ecke geht, wo ich stehe. Ja, äh.